Dynamit Nobel Defense entwickelt und fertigt zahlreiche Produkte für den militärischen Bedarf und versteht sich daher als ein Systemhaus. Die Produktvielfalt reicht von schultergestützten Mehrzweckwaffen für den infanteristischen Bereich über Gefechtskopfentwicklungen bis hin zu Waffenstationen und reaktiven Schutztechnologien für Fahrzeuge. DND ist seit Jahrzehnten führend in der Entwicklung von Infanteriewaffen für jedes Einsatzspektrum. Ziel ist es, intelligente Lösungen zu finden, die modern, bedrohungsangepasst und zuverlässig sind. Schnelle Umsetzungen technischer Innovationen und deren Erprobung sowie kundenorientierte, termingerechte Abnahmeprüfungen aller Produkte zeichnen das Unternehmen aus. In Konfliktszenarien werden präzise und breit einsetzbare Handwaffen benötigt, die den Anforderungen der Infanterie entsprechen. Die wichtigsten Leistungsparameter moderner Handwaffensysteme sind leichte Handhabung, hohe Zuverlässigkeit, geringes Gewicht und eine zielgenaue Wirkung. DND ermöglicht seinen Kunden effektive Übungs- und Ausbildungsmittel in den unterschiedlichsten Kategorien. Zu den modernen Schulungsmaterialien gehören vollständige Ausbildungsdokumentationen sowie interaktive und digitale Schulungsunterlagen. Ebenso werden Drillwaffen, unter- und vollkalibrige Übungsschießgeräte für Trainingszwecke angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen hochmobile, strukturunabhängige und leicht transportable Simulationsschießgeräte an, die für die Ausbildung effektiv genutzt werden können. Dynamit Nobel Defense verfügt über einen eigenen Schießbunker, der so dimensioniert ist, dass scharfe Waffen darin in allen Funktionen getestet werden können. Alle Produkte unterliegen hohen Qualitätsanforderungen, die in militärischen Normen festgelegt sind. Dynamit Nobel Defense verfügt über eigene Prüf- und Testeinrichtungen, die mit dem computergestützten Qualitätsmanagementsystem verbunden sind. Für lückenlose Rückverfolgbarkeit der Produktqualität. Mit Präzision auf höchstem Niveau arbeiten spezialisierte Teams aus jungen Ingenieuren, Auszubildenden und erfahrenen Mitarbeitern Hand in Hand. Auf 100 Hektar mit ca. 260 Gebäuden wird seit über 100 Jahren an Sicherheitskonzepten für die Zukunft gearbeitet. Dynamit Nobel Defense. Hightech made in Germany.